Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video und in diesem Video wird es um das Thema gehen Hate. Denn ich, ab und zu kriege ich mal eine Nachricht, die ein bisschen nach einem Hater-Kommentar aussieht und ich denke, das ist eine ganz interessante Frage, die dir in diesen YouTube-Komplex mit reinpasst. Denn wie gehe ich überhaupt mit Hate um? Denn viele Leute, ich glaube, dass viele Leute auch davor Angst haben, mit YouTube anzufangen, weil sie eben einfach Angst vor Hate haben. Und darüber will ich in diesem kleinen Video mal reden. Ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, denn dazu gibt es tausend Videos auf YouTube. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen auch. Ihr könnt in der Videobeschreibung TeamMoney3.0 auschecken. Klickt ruhig auf den Link, damit ihr unterstütztet mich. Und das ist der perfekte Kurs, um für euch zu starten. Von Dani Geiswinkler meine Empfehlung. Und ihr könnt mir da drunter auf Instagram folgen. Auch das tut gerne. Auch da werden in der nächsten Zeit zwei interessante Videos folgen. Und ja, wie gesagt, in diesem Video geht es so ein bisschen um Hate. Und ich will das Ganze mal ein bisschen aufklamüsern. Es gibt ja immer diese Diskussion Hate gegen konstruktive Kritik. Und ich persönlich bin ein Mensch, der am Anfang seines... Also ich konnte, beziehungsweise als Jugendlicher konnte ich sehr schlecht mit Hate umgehen. Ja, wenn Leute mich gehatet haben, dann hat mich das irgendwie getroffen. Und ich habe dann nach und nach... Also das hängt auch mit deiner Persönlichkeit zusammen. Wenn du dich weiterentwickelst, ist dir Hate irgendwann egal. Ja, denn mittlerweile kann ich sehr gut unterscheiden, was ist Hate und was ist konstruktive Kritik. Und konstruktive Kritik ist unglaublich wichtig für mich. Und das sage ich ja auch immer zu euch, wenn ihr konstruktive Kritik für mich habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Denn das ist Kritik, die ich nutzen kann, um mich zu verbessern. Aber Hate ist ja so eine moderne Sache, die sich durch Social Media entwickelt hat, wo Leute halt anonym etwas unter Sachen schreiben können. Und ob das bei YouTube ist, bei Facebook, bei Instagram. Ich persönlich blende das aus. Also wenn mir jemand einen Hate-Kommentar schreibt, ist das für mich eher Neid. Und ich kenne einen coolen Spruch von Chris Steljes, der sagt nämlich, Scheißegal, ob die Leute mich an einem Tag lieben, die Leute mich, an dem anderen Tag hassen die Leute mich. Ich kriege beide Tage bezahlt. Das ist Chris Steljes Spruch und den finde ich einfach mega. Und das ist eigentlich mein Motto zu Hate. Wenn mich jemand haten will, kann er es gerne machen. Ich habe damit kein Problem, weil es mir egal ist. Letztendlich ist es mir wirklich egal. Und von daher interessiert mich das nicht. Und ich kriege die Stunde trotzdem bezahlt, wo er mich hatet, wo er seine Zeit dafür aufwendet, mich zu haten. Genauso wenn die Leute Promis haten, Fußballer haten, sonst was. Ey, die interessiert das nicht. Und das ist halt der Punkt. Weil konstruktive Kritik ist unglaublich gut und ist in unserer Gesellschaft erwünscht. Aber Hate interessiert die meisten erfolgreichen Menschen nicht. Und das ist halt der wichtige Punkt, den du, wenn du mit YouTube zum Beispiel starten willst, dir merken musst. Du musst einfach im Laufe deiner YouTube-Karriere oder im Laufe deiner YouTube-Videos musst du wachsen mit der Persönlichkeit. Und am Anfang trifft dich vielleicht noch so ein negatives Kommentar. Aber am Ende juckt dich dieses Hate-Kommentar gar nicht mehr. Wenn der sowas schreibt wie, boah, du bist ja hässlich. Oder deine Videos sind ja so scheiße. Oder stell mal deine Abo-Box an. Oder hast du etwa Minderwertigkeitskomplexe. All das sind Sachen, ja, darauf musst du dann scheißen. Und das entwickelst du halt im Laufe der Zeit. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht am Anfang so. Am Anfang wird es dich vielleicht noch treffen. Aber mit der Zeit merkst du wirklich, was konstruktive und was wertvolle Kommentare sind. Und was einfach nur Hate und negative Kommentare sind. Und die kannst du ausblenden. Und das ist halt wichtig zu wissen. Ja, dass das nicht am Anfang so ist, sondern dass das mit der Zeit kommt. Auch einen Tony, Anthony Robbins zum Beispiel. Wir sagen ja mal Tony. Einen Tony Robbins, der wurde am Anfang auch gehatet. Ja, wahrscheinlich wie sonst was. Und wahrscheinlich als er dann seine Programme gestartet hat, haben die meisten Leute gesagt, was ist er denn für ein Idiot? Oder so. Ja, die wollten es ihm wahrscheinlich ausreden. Haben ihn gehatet, gehatet, gehatet. Und er ist heute einer der größten Speaker unserer Welt. Das gleiche mit Cristiano Ronaldo. Wie viele Leute haten Cristiano Ronaldo? Und juckt es ihn? Nein, es juckt ihn nicht. Und das ist halt so. Das kommt mit der Zeit. Auch ein Cristiano Ronaldo wird am Anfang vielleicht mal von Hate betroffen gewesen sein. Aber die Persönlichkeit entwickelt sich einfach weiter. Und das wollte ich in diesem Video mal mitteilen. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und dir konnte dieses Video weiterhelfen. Checkt die Videobeschreibung aus. Erster Link in der Beschreibung ist teammoney3.0. Ja, dort bekommst du den Kurs zum Starten. Meine Empfehlung. Und das zweite ist Instagram. Da könnt ihr mir folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ciao.